Der Fährmann schaut, wie kann dieser große Umbruch im Leben von den Angehörigen her, wie kann dieser Umbruch als ein kostbarer Moment im Leben wahrgenommen werden, bewusst wahrgenommen werden. Herr Winkler, Sie haben Theologie und Sozialpädagogik studiert. Sie sind als Sinn- und Wertekoach tätig, aber auch als Fährmann. Dabei geht es um die große Reise vom Diesseits zum Jenseits, die Sie begleiten. Was macht ein Fährmann konkret? Die Idee des Fährmanns als eine Person, in der ich öffentlich tätig bin, kam mir nach einem größeren Umbruch in meinem Leben. Ich hatte mit 58 eine 32-jährige Tätigkeit in der katholischen Erwachsenenbildung beendet. Das war ein großer Bogen. Ich war ja Leiter des Katholischen Bildungswerks in Stuttgart und Böblingen und habe in dieser Zeit alle Lebensthemen in dem Programm aufgegriffen. Und immer wieder auch das Sterben, den Tod als unerklärbares Phänomen und das Trauern. Die große letzte Reise, die Sie ansprechen, hat ja eigentlich drei Stationen. Wir haben eine Phase des sich Verabschiedens von den Angehörigen, wenn das geht. Also wir nennen das die Sterbebegleitung. Wir haben die Erinnerung an das Leben eines Menschen. Diese Erinnerung, meist am Friedhof oder bei einem Urnengrab, ist natürlich verbunden mit der Bestattung. Das wäre so das Zweite. Und die dritte Station ist dann für die Angehörigen die Frage, wie kann ich mit dem Vorfahren, der vor mir gegangen ist, wie kann ich da weiterleben ohne ihn oder sie? Also diese drei Aufgaben verknüpfe ich jetzt mit einem alten Bild der Begleitung und ich nenne das jetzt den Fährmann. Ich habe hier ein wunderschönes Seelenschiff. Ich habe es bei Fritz Roth in seinem Haus gefunden von einem Künstler, den ich besucht habe im Norden Deutschlands. Er hat es mir verkauft und erlaubt, dass ich als Fährmann dieses Seelenschiff mit symbolisch nutzen kann. Es gibt auch vier Frauen, die diesen Dienst tun in Deutschland und in der Schweiz. Der Fährmann schaut, wie kann dieser große Umbruch im Leben von den Angehörigen her, wie kann dieser Umbruch als ein kostbarer Moment im Leben wahrgenommen werden, bewusst wahrgenommen werden. Und mit dem Seelenschiff kann ich einerseits diesen Ort des Übergangs beschreiben und zum anderen diese Vorfahren und Nachfahren diesem großen Lebensbogen eines Sterbenden und Verstorbenen mit einbeziehen. Ich habe meine Mutter begleitet in ihren letzten zehn Tagen. Sie lag im Koma. Und nachdem alle künstlichen, technischen Unterstützungsmöglichkeiten losgelassen wurden, hat sie dann eben am zehnten Tag morgens um sechs das letzte Mal geatmet. Das heißt, ich habe diesen Übergang jetzt in diesem Ausatmen, dem langen Ausatmen bei ihr mit wahrgenommen. Die Frage, wie jetzt dieser Übergang dieses Menschen, in dem Fall meiner Mutter, wie sie ihren inneren Übergang erlebt hat, war mir und meinen Kindern möglich, uns anzunähern an diesen Übergang. Also wir haben sie besucht in diesen zehn Tagen in der Klinik, waren stundenlang an ihrem Bett gesessen. Wir haben uns praktisch in ihrem physischen, seelischen Erleben mit geschlossenen Augen im Koma uns dem angenähert, was es bedeuten könnte, diesen Übergang zu erleben. Und in meiner Ausbildung zur spirituellen Sterbebegleitung hatten wir eine Übung. Wir sollten uns hinlegen und nicht mehr atmen. Und ich war wahrscheinlich wie alle anderen auch sehr aufgeregt. Ich hatte irgendwie Vorstellungen, wenn ich nicht mehr atme, ich könnte ersticken, wie auch immer. Und ich war überrascht, wie ich praktisch in diesem Atemstrom mit immer größerer Gelassenheit und Wachheit in dieses Ausatmen hinein mich lassen konnte. Und wie dann in einem dahinfließenden Bachstrom mich überlassen konnte, fast dem nicht mehr Atmen. Also das war für mich ein wunderbarer Augenblick, dass ich das Ausatmen als eine friedvolle Möglichkeit erlebt habe. dass ich jetzt diesen Augenblick meines Übergangs nicht jetzt erwarte. Aber ich habe eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit in mir, dass ich diesen Übergang so erleben könnte. Wie finden in der Praxis die Menschen zu Ihnen oder Sie zu den Menschen? Es sucht doch kaum jemand einen Fehrmann, oder? Also ich sage mal, ich habe zwei Richtungen, in die ich antworten kann. Das eine ist, als Mitarbeiter eines Bestatters oder als freier Mitarbeiter eines Bestatters biete ich diesen Dienst an. Das heißt, über den Bestatter kommt dann die Frage, wer kann in dieser Situation bei der Familie X diese Begleitung wahrnehmen. Dann bekomme ich einen Auftrag vom Bestatter. Das andere ist, dass Menschen im Umfeld von Freunden und Bekannten und Verwandten fragen, kannst du uns nicht in dieser Situation begleiten? Das heißt, ich treffe mich dann mit den Menschen, die Abschied nehmen wollen. Und wir überlegen gemeinsam, was bedeutet jetzt das Sterben dieses Menschen und welche Vorstellungen haben sie von Abschied nehmen. Und aus diesem Gespräch heraus entwickeln wir dann zusammen die Idee, der Sarg soll offen da sein in der Friedhofskapelle. Oder wer sind wir, wenn wir uns da versammeln? Ja, wir treffen uns unter dem Lindenbaum. Da haben sich früher die Stämme unserer Vorfahren auch getroffen an einem Baum in ihrer Gemeinschaft. Ah, der hat auch gerne gesungen am Brunnen vor dem Tor. Wir singen dieses Lied. Und dann schaue ich, wie wir den Moment dieses Abschiednehmens durch Bilder oder Film oder Erzählung miteinander gestalten. Jede der Verwandten und Angehörigen bringt den eigenen Beitrag. Und dann schaue ich, dass wir eine zweite Phase miteinander überlegen, nämlich, wie schauen wir auf den Menschen als Geist und Seelenwesen und haben wir eine Ahnung, ein Gefühl, dass wir diesen Weg der Seele begleiten. Also wir gehen diesen Übergang des Seelenmenschen mit in unserem Gebet, in unserem Singen, in unserer Wachsamkeit und Hingabe für diesen Abschnitt. Und dann gibt es eine Erinnerungskultur, die wir gemeinsam entwickeln, wie das Leben aus den Enkeln von den Töchtern, Söhnen und den Partnern, wenn sie noch da sind, was die dazulegen wollen. Und da entsteht natürlich oft so eine Versöhnungsmöglichkeit, dass Hartes, Hartgebliebenes, Erstarrtes in diesen Beziehungen entweder durch Tränen und Auflösung ohne Worte in eine neue Ordnung kommt oder dass manche dann davon erzählen, was sie überbrücken wollen und neu säen wollen. Und je nachdem, wie weit die Feier dann geht, ob zum Grab, also an Begräbnis, Bestattung oder später dann eine Ordnungfeier stattfindet, gibt es dann auch eine gemeinsame Schlussphase in einer zusätzlichen Weise. Und mit dieser Phase endet dann die Begleitung? Für manche endet dann die Begleitung mit diesem Verabschieden und entweder Gang zum Grab, das kann dann ein nächster Teil sein, dass eben die Grablegung eine weitere Form der Übergabe des Leibes an Mutter Erde, können wir sagen, stattfindet. Oder eben eine andere Form des Verbrennen, dass ich selber sehr ambivalent wahrnehme, diese Form der Bestattung. Warum? Als ich über die Begräbnisformen nachgedacht habe, habe ich ein wunderbares Buch entdeckt von Martinus. Martinus ist ein spiritueller Lehrer gewesen bis in die 80er Jahre in Dänemark. Und der hat ein Buch geschrieben, die Beisetzung. Und seine Ahnung, sein Wissen, wie dieser Übergang des Grablegens, was wir sagen Beisetzung oder einer Urnenbestattung, sprich eine Verbrennung, stattfindet, da hat er eine Vorstellung gehabt, die hat mich doch sehr erschüttert. Er schildert sie so, dass wie ein Komet, der auf die Erde trifft, schon von Weitem die Bäume, die Pflanzen, die Erdoberfläche in Erschütterung bringt und der Aufprall, also ein riesiges Feuer auf der Erde, entzündet und entfacht, dass genau so die Verbrennung des Leibes stattfindet. Martinus beschreibt sie so, dass unsere ganzen inneren Billionen von Zellen Lebewesen in uns sind. Und diese Lebewesen werden durch ein Feuer nicht nur erschüttert, sondern natürlich in ihrer inneren Lebenszeitdynamik, in der sie weiterleben mit unterschiedlichen Zeitfenstern, dass sie da brutal unterbrochen werden. Und dieses Bild steckt so in mir, dass ich … Ich habe ein Praktikum gemacht bei zwei Bestattern in Stuttgart, ich war im Krematorium, ich habe da mit reingeschaut. Das ist ein Urphänomen, wie ein Leib im Feuer sich auflöst. Es gibt ja auch die alte Vorstellung, dass es einen Lösungsprozess zwischen Körper und Seele gibt, dass also das Sterben nicht einen Zeitpunkt betrifft, sondern dass es dabei um eine Phase geht, die dann möglicherweise verkürzt wird. Kann man das so sehen? Also wie unsere Seele sich verknüpft mit allen Zellen, mit der Sprache, mit dem Wirken, mit den Bewegungen, kann ich auch nur ahnen und vermuten. Wenn ich eine so starke Verknüpfung von Seele, Geist und Leib annehmen kann, dann ist natürlich die Frage, wenn wir in der Schwangerschaft so lange von diesem ganz kleinen Samen und der Eizelle dieser Verknüpfung, wenn wir das so lange brauchen für die Entfaltung in eine erste Vollgestalt des Babys und dem erwachsenen Menschen, könnte ich natürlich auf die Idee kommen, dass die Entbindung dieser Lebensseiten oder Dynamik, dass diese viel länger dauert oder natürlicherweise auch lange braucht, da würde sich das natürlich nahelegen, das als eine totale Unterbrechung einzunehmen. Wie ist es denn zu Ihrem Entschluss gekommen, Fehrmann zu werden? In Stuttgart war das so, dass ich mal bei der internationalen Gartenbauausstellung im Auto zum Büro fuhr. Plötzlich hörte ich im Radio einen Bericht über die Höhle. Und sofort kam mir das Grab in mein inneres Bild. Da habe ich dann zum ersten Mal eine größere Veranstaltungsreihe als Begleitveranstaltung zur internationalen Gartenbauausstellung in Stuttgart konzipiert. Dann ergab sich das nächste, plötzlich war Stuttgart unterirdisch im Blick. Die Tunnels, die gebaut wurden oder die alten Tunnel vom Zweiten Weltkrieg, haben wir untersucht und begangen mit den Führenden. Und so habe ich eigentlich aus verschiedenen Richtungen das Sterben neu angeschaut, mit Menschen wie Fritz Roth und anderen, die als Bestatter oder als Seelsorger oder freie Trauerredner tätig waren. Ich selber bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Gschwendt. Unser Haus war vielleicht hundert Meter neben einem ehemaligen Friedhof. Ich habe als Kind im Kindergarten und danach mit den Freunden, wir sind da hingegangen, als die Raupen die Erde wegbewegt haben und die Knochen von Menschen zum Vorschein kamen. Ich war als Kind sehr früh mit dem Tod in Verbindung gekommen, auch durch das Sterben meiner Großeltern im Hause, die ich praktisch in den letzten Minuten ihres Atmens auch erleben konnte. Und diese frühe Berührung mit diesem Teil unseres Lebens habe ich eben als Leiter des Bildungstags immer wieder aufgegriffen. Und als ich dann 2010 gekündigt habe, war natürlich die Frage, wer bin ich jetzt überhaupt in der Öffentlichkeit als Theologe, als Coach, als Dozent? Wer will ich sein, um diesen Feinsinnigen, die Innenseite des Lebens oder diesen Übergang zur Sprache zu bringen? Und ich habe dann gemerkt, von meiner frühen Kindheit her war ich ja im Gottesdienst, war Ministrant. Ich habe also die Liturgie als ein großes Lebensdrama schon lange vertraut in mir gehabt. Insofern habe ich mich um Rituale und Segen gekümmert, einerseits. Und andererseits war natürlich die Frage, wie gehen Menschen aus dem Leben heraus? Und ich habe dann zwei Ausbildungen gemacht. Einmal eine spirituelle Sterbebegleitung und zum anderen eine Ausbildung zur Sterbeerme-Sterbegefährte. Und in dieser Zeit kam ja eben die Frage, der Priester, der Seelsorger, das sind uralte Berufe, die Menschen begleiten in diesem Hinausgehen aus dem irdischen Leben und auch den Seelenübergang gestalten mit den Angehörigen zusammen. Und wenn wir die Geburt und das Sterben, den Tod als zwei Tore des Lebens anschauen, dann gibt es natürlich auch bei der Geburt ein uraltes Bild für Menschen, die begleiten, nämlich die Hebamme. Und die Claudia Kardinal, bei der ich diese zweite Ausbildung gemacht habe, die hat eben die Sterbearme wieder in Erinnerung gerufen. Und da fand ich dann für mich selber die Notwendigkeit, einen anderen Namen zu finden. Der Sterbegefährte ist natürlich wichtig für die Begleitung in den letzten Stunden oder Tagen. Und der Fährmann kam ja dann als ein altes Bild – ich hatte das in meiner Kindheit schon bei Christophorus, dem Christusträger als dem Fährmann – und in der griechischen und ägyptischen Mythologie legt sich das natürlich nahe, da nochmal zu schauen, was hat eigentlich der Fährmann für eine Aufgabe. Sie waren viele Jahre lang im katholischen Bildungswerk tätig. Heute könnte man Sie als Freigeisttheologen bezeichnen. Wie kam es zu diesem Wandel? Gab es da Konflikte? Also das Wort Freigeist führt mich natürlich zu der Frage, wie erleben wir heute Geist? Geist als katholischer Theologe heißt natürlich Heiliger Geist. Davon berichten uns viele Theologen, aber auch Geschichten im Neuen Testament. Und wie erleben wir heute Geist? Und da kam ich dann letztlich auf diese Wahrnehmung, dass die Beschreibungen, wie Jesus mit seinem Vater spricht, mit den Engeln spricht, wie Abraham oder Jakob in einer inneren Verbundenheit mit Gott sich sieht, dass diese Beschreibungen, reale Beschreibungen von Mensch-Geist-Kommunikation sind. Und das Zweite waren eigene Erfahrungen, dass ich durch eine eigene Begegnung mit einer Heilerin von Tinnitus mich lösen konnte, befreien konnte. Und in der Vorstellung sein, ich bin verbunden mit einer geistigen Welt, die im täglichen Leben und auch in einem Heilungsprozess wirkt. Und diese zwei und andere Erfahrungen haben mich dann dazu gebracht, dass ich das zum Thema mache im Bildungsprogramm. Und daraus wurden dann sieben, acht Jahre, in denen ich Gesundheit und Heilung mit ganz unterschiedlichen Gelegenheiten aufgreifen konnte und viele Menschen berühren konnte, dass sie in einer Kirchengemeinde die Gemeinde als ein Heiland erfahren konnten. Und das ging dann nicht mehr weiter. Also die Grunderkenntnis als Antwort für Ihre Frage heißt, es gibt für einen geistigen Impuls ein Zeitfenster. Das heißt, ich habe erlebt, dass sich wie eine Pflanze keimt und aufblüht und Frucht bringt, dass sich in diesen sieben Jahren die Bereitschaft von Menschen, dass sie sich ansprechen ließen von ihrer Suche nach Heilung und den Antwortmöglichkeiten in einem Seminar oder einem Heilungsgottesdienst oder in einem Heilungsraum, es hat sich entfaltet. Und plötzlich hat sich 2008 etwas anderes gezeigt, nämlich dieser Raum und dieses Mitgetragenwerden, das nie leichtfertig war, sondern immer errungen mit meinen Vorgesetzten. Und jeder Schritt, ob Heilungsgottesdienst, ob Heilungsraum, haben wir zwei Jahre gerungen mit der Kirchengemeinde, dass die Kirche als Heilungsraum dann sich zeigen kann. Diese Schritte wurden schwieriger bzw. der Raum wurde enger. Und daran habe ich gemerkt, das Zeitfenster geht zu. Die Konflikte, sprich, dass einzelne Menschen in ihrer Angst und Sorge, dass sich katholische Kirche als ein Heilungsraum zeigt in der Öffentlichkeit, diese Sorge hat bei wenigen Menschen zugenommen. Aber wie beim Fernsehen auch und in den Medien, wenn es eine Zuschrift gibt, löst die bei dem Unternehmen, bei der Spitze der Bischofsleitung oder der Dözesanleitung, regt sie natürlich eine Sorge an und aus. Und aus ein paar solcher Fragen, ist das katholisch, was hier stattfindet, hat sich dann auch ein Prozess neuer Aufmerksamkeit des Bischofs und der Vorgesetzten daraufhin ergeben, wie dieses missionarische Projekt, eine katholische Gemeinde als Heiland, Heilungsraum zu gestalten, ob das so weitergeführt werden kann. Und aus den Zeichen dieses, ob das weitergeführt werden kann und wie und welche Veränderungen und so weiter, aus denen hat sich dann in mir nach zwei Jahren eine Antwort herauskristallisiert, dass diese Zeit diesem Anliegen zu dienen zu Ende geht. Man kann sie im gewissen Sinn auch als Grenzgänger bezeichnen, als Brückenbauer zwischen Kirche und Esoterik. Ist das richtig? Ich bin vorsichtig in der Beantwortung, dass ich gleich sage Ja, weil wir beide jetzt noch nicht zurecht wissen, was wir unter Esoterik meinen jeweils. All die nicht konfessionell geprägten Formen des Nachdenkens über Gott und die Welt wurden zu unterschiedlichen Zeiten esoterisch genannt. Und heute haben wir aber ein völlig anderes Bild, wie wir unser Nachdenken über das Leben und das Sterben und die geistige Wirklichkeit sprechen, haben wir ein völlig anderes Spektrum von Möglichkeiten, die geht von pluraler Religion über integraler Religion oder globaler Spiritualität. Und wenn nicht mal die Hälfte mehr konfessionell geprägt ist, braucht es auch in der Theologie oder in einer kirchlichen Programmatik, einer Bildungsarbeit, braucht es eine interdisziplinäre Form des Dialogs. Also ich nenne es mal eine interreligiöse oder eine interspirituelle Dialogsituation. Und dafür habe ich mich eingesetzt und dafür habe ich unterschiedliche Angebote auch im Programm vorbereitet gehabt. Die Sinnsuche oder Sinnfindung auch im Zusammenhang mit dem seelischen Heil ist für Sie ein wichtiges Thema. Gibt es dabei Methoden oder Erkenntnisse, die für Sie besonders wichtig geworden sind? Mein Abschied nach 32 Jahren in der katholischen Erwachsenenbildung war ja ein Übergang, ein Umbruch in die Situation, wer bin ich in dieser Gesellschaft, ohne die Legitimation eines Amtes, Leiter eines katholischen Bildungswerks zu sein. Und in dieser Frage, wer ich in meinem öffentlichen Wirken sein will, gab es einerseits diese Entwicklung zum Fährmann und auf der anderen Seite die Entwicklung zum Sinn- und Werte-Coach. Ich könnte jetzt auch sagen Logotherapeuten. Und das hat mich dazu gebracht, ich war in Wien, habe da verschiedene Tagungen besucht, habe die Elie Frankel kennengelernt, die Frau des verstorbenen Fiktor Frankel, und dessen Wirken und Hinschauen, wie Sinn neu entstehen kann, auch wenn Menschen wie er in Konzentrationslager waren, die nahe am Tod jeweils schon waren, wie die jeweils neu für sich eine Tätigkeit für sich als sinnvoll finden, oder wie sie eine Verbindung zu Menschen für sich als so tragfähig empfinden, dass sie dafür ihr Leben einsetzen. Also diese Frage, wie finden wir jeweils in den einzelnen Lebensphasen, würde ich das in der Zwischenzeit sagen, einen neuen Sinn, für was wir uns einsetzen, also wofür wir leben, wofür wir arbeiten. Ich hatte anfangs auch die Vorstellung, es gibt den Sinn des Lebens, den großen Sinn. Wie Durkheim sagt, wir gehen eigentlich hin zu einem Durchbruch, zu einem großen Leben. In der Zwischenzeit habe ich den Eindruck, wir suchen in bestimmten Lebensphasen jeweils neue, richten wir uns in der Welt ein und haben eine neue Mission, eine neue Aufgabe. Und da können wir sagen, wir haben einen neuen Sinn gefunden. Das heißt, Sie nutzen die Logotherapie als Werkzeug und können Sie gleichzeitig aber auch gut mit Ihrer eigenen christlichen Tradition in Verbindung bringen. Frankl selbst war ja nicht ausgesprochen religiös. Genau. Frankl hat für seine jüdisch-religiöse Weltbilder einen Begriff für sich gefunden gehabt, nämlich den Übersinn, uns Menschen als geistige Wesen, geistige Personen zu betrachten. Ich habe jetzt zum Beispiel als Dozent an der Universität oder an den Hochschulen ein Seminar entwickelt, das nennt sich Karriere mit Herz. Und diese Bildsprache heißt eigentlich, es geht um die Frage, welche Begabung bringe ich mit, welche Berufungen entdecke ich mir, dass ich klarer sehe, was ich zu tun habe, welche Bestimmung entdecke ich, wofür ich mich einsetze im Leben und was für Berufsbilder passen dazu. Das wäre jetzt so ein Beispiel auf das Seminar bezogen und das andere ereignet sich jeweils im Beratungsgespräch oder Coaching auch. Sie kennen die christliche Tradition, Sie befassen sich aber auch mit Nahtoderfahrungen und anderen spirituellen Traditionen. Was ist Ihr Menschenbild im Hinblick auf ein Leben nach dem Tod? Also ich bin jetzt 70 geworden vor ein paar Tagen und ich habe gedacht, irgendwie bin ich auch zeitlos. Also 70, wenn ich früher an 70 gedacht hätte, kam ja der Begriff alt dazu, jetzt ist dieser Begriff gar nicht da. Manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe ewig. Also ich schaue gar nicht so auf den nächsten Tag. Ich lebe in den nächsten Tag hinein. Und so habe ich auch das Gefühl, ich werde in der Beendigung meiner physischen Lebensmöglichkeiten auch in einen nächsten Raum hineinschauen, indem ich die Menschen, die Wesen, die Vorstellungen, die ich mir von einem göttlichen Leben, von einem himmlischen Leben, Jerusalem oder wie immer, wir Worte dafür haben, ich werde da weiterleben. Also das Leben geht für Sie nach dem Tod mit Sicherheit weiter? Ja. Wie sehen Sie selbst heute der großen Überfahrt entgegen? Die Frage, also die Phase nach diesem physischen Erdenleben, kommt manchmal mit der Frage, wer will ich dann sein? In welcher Weise möchte ich aus einer, wir sagen jenseitigem Leben, aus einer geistigen, nicht körperlichen Wirklichkeit, wie möchte ich da weiterleben? Sabine Wagenseil kommt aus Leutkirch, die hatte mit einem früheren Benediktinermönch, der gestorben ist, Wolfgang Abt, hatte sie nach seinem Tod eine innere Kommunikation bis heute. Und das, was sie in diesem inneren Hören empfangen hat, über unterschiedliche Stationen dieses Lebens, das hat mir einen inneren Raum geöffnet, das Leben in einem ständigen Entwicklungs-, Wandlungsraum stattfindet, ob körperlich oder nicht körperlich. Und was ich so in mir als ganz tiefen Vertrauenssatz in mir fühle und erinnere, heißt, sie wandelten in Gott. Also die Paradiesgeschichte, Adam und Eva, sie wandelten in Gott. Das finde ich einen Lebensfaden für diese verschiedensten Lebensräume. Da freue ich mich darin, zu wandeln. Das war, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen, während künftigen Tätigkeiten, was immer Sie anpacken werden, alles Gute und vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.